Als ich erfuhr, dass Babys nur 25 bis 30 cm weit sehen können, war ich zunächst überrascht. Ich gab mir dann besonders Mühe, ganz nah an sein Gesicht heranzukommen, damit er mich sehen und erkennen konnte. Wir achteten darauf, Spielzeug mit einfachen Mustern und kontrastreichen Farben zu kaufen. Das hilft den Augen des Babys, sich zu konzentrieren. Es hat ihm besonders viel Spaß gemacht, wenn wir die Spielzeuge langsam vor ihm hin und her bewegten. Nach ungefähr vier Wochen beginnen die Augen, Objekte zu fokussieren. Wir haben dann angefangen Seifenblasen für ihn zu machen und nach circa zwei Wochen konnte er ihnen mit den Augen folgen und mit drei Monaten begann er sogar nach ihnen zu greifen. Später spielten wir dann Kuckuck und kleine Fingerspiele. Er hatte wahnsinnig viel Spaß dabei und konnte nicht genug davon bekommen. Egal wie oft wir spielten, er konnte gar nicht aufhören zu lachen.